Hier zwischen Mischpult und Misthaufen bin ich groß geworden. Unser Haus war immer voll mit Musikern. Ihre Musik ist der Soundtrack meiner Kindheit und Jugend. Mein Vater, der Dirigent davon. Wenn du genügend tolle Sachen in deiner Plattensammlung hast, wo überall der Name Conny Plank draufsteht, dann liegt irgendwie die Vermutung nahe, der Mann muss ziemlich gut gewesen sein. Im Grunde hat Conny uns entdeckt, denn er hat uns die Chance gegeben, als ganz junge Band, das rauszuholen, was in der Band steckte. Was war Cluster, Neu, Early Kraftwerk, DAF, das hat sie dann ihre Vision zu verstehen und sie so klar und so voll wie möglich. Conny hat die Musiker machen lassen, wie sie es machen und hat das dann hochgeliftet. Musiklich war er absolut revolutionär. Ihr Vater hatte immer diese Visions der Sound, die wir mit uns verletzten. Ich weiß nicht, hat er dir jemals was vorgelesen oder dich ins Bett gebracht oder irgendwas Schönes mit dir. Das war ein Traumpapa, das war ein Traumpapa. Musiklich ist ein Traumpapa. Musiklich ist ein Traumpapa. Ich kann versuchen, ob es möglich ist, Musik zu machen. Musiklich ist ein Traumpapa. Musiklich ist ein Traus Musiklich ist ein Traus.